Und dann machst du so einen Bocken und dann kommst du da raus, kommst du aus Biteri in den Stoss, da kommst du dann gleich ein bisschen will, kannst aber im Gras innen runterlaufen, dann gehst du ein bisschen will. Und dann, bevor du das durchkommst, gehst du links, hinten und dann kommst du zum Bauernhof und zum Neuele vom Molotov.